Guck mal, der ist ein Mate getötet, der läuft vor mir lang, checkt mich gar nicht. Ja, nice. Ich musste nachladen, der hat mich gar nicht gecheckt. Der ist einfach weitergelaufen. Boah, alter Typ, ne? Irgendwann noch ein Falschgewirr, du Assist. Kommt zu glauben, dass er Kills hat. Oh, hat er ja nicht. Ach, oh. Gie, gie, ma, gie, ma. Ach, du Scheiß. Sag nicht, dass es Gamer heißen soll. Look at this, dude. So kacke. Skrupellos. Was, lass mir den bitte, bitte, bitte. Danke, korrekt. So, bin auch 235 Punkte vom nächsten Orbi. So, 5 Punkte vor, unnachgiebig. Heißt, hab unnachgiebig. Und Hater. Was? Ist... Oh mein Gott. Er hat einen absolut neuen Camping-Spot davon. Ich dachte, er ist AFK, aber er stand da die ganze Zeit mit der Gorgon und hat auf eine Stelle geaimt. Und ich lauf da voll rein. Oh, no, 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 no. Junge. Hast du, hast du Chips gegessen oder irgendwas anderes? Ja doch, er hat Chips gegessen. Ich hab Brötchen, ich ess gerade die Brötchen. Alles klar. Ich denke, er hört sich so ein Brötchen an. Mäh. Ich fragte mal gleich, wenn ich essen gehe per WhatsApp, wo der ist. Ja. Okay. Wir machen selbst Burger. Das ist aber wirklich voll geil, Mann. So, wir haben halt Brötchen, und dann auch Burgerbrötchen, Käse, Salat, Rostzwiebeln. Wie geil Burger machen, Alter. Mein Gott, Hilfe. Oh, oh. Nein. Ey, der May. Der versaut mir den Feed, das hätte locker eine Abschusskette werden können. Das war super Abschuss. Ja, ich team es. Spawn doch mal. Nee, ne?